Grüß Gott. Guten Tag. Wir haben heute Klossener Gesellschaft. Ja, wir möchten auch gar nichts essen. Was will das denn? Wir suchen zwei Zimmer. Nicht hier. Ja, das finden wir auch. Was? Dass es hier sehr nett ist. Wie jetzt? Ja, wir suchen zwei Zimmer mit Bad und Balkon. Neu? Neu? Nein, die müssen gar nicht neu sein. Die können auch ruhig alt sein. Wenn der Vater das erfährt, dann ist etwas los. Was ist los? Nix. Du bist aber schon ein wenig pervers. Ach ja, der andere sieht aus wie der Robert Redford. Mensch Christelia, setz deine Brille auf Nase und guck nicht so viel fern. Was ist los dahinter? Nix. Wieso mein Schlagloch? Das ist doch genauso. Dein Schlagloch. Nein, das ist euer Schlagloch. Das ist ganz klar auf eurer Seite. Die seht ja einen Blender mit dem Kriegsstoff. Du hinterfotziger Allmachtstackel. Du bist ja nämlich ganz sauber. Ihr Unterrieslingerwürste seid heule gleich. Neu? Wir lassen uns bloß einen von euch Oberrieslinger Wengerzegel für blöd verkaufen. Rutsch mal doch da. Buckel noch. Gentlemen, I've seen enough. I'll take the whole church. Schutterhoff verkauft unsere Kleukirche für fünf Millionen an einen Amerikaner. Fünf Millionen? Ihr denkt echt, dass ihr uns um fünf Millionen bescheißen könntet, ohne dass wir das merken? Aber Vater, die Kirche hat uns doch bloß zur Hälfte. Wieso? Hast Unterrieslinger vergesse. Es gab schon, was der Vater in Rom dazu sagt. Muss ich mir doch nicht gleich ihr Poschkeppsel schon überhaben. Schaffst du das die ganze Nacht? Nett, dumm ich. Schnecke! Deine Schnecke, hab ich doch grad schon gesagt. So, mir ein Droschbrater mit Wurzeln, Seidewürste mit Kartoffelsalat und Linsen mit Knöpfle. Wie bitte? Schlicht ernst, gar das stimmt, ey. Probier du mal wieder getan. So, wie bin ich gerade见. Schon ich bin wohl? Strangt green? Sichert Einzel existente? Ich esappt es sich wieder an.